und epic dankeschön für den vorder ja bestimmt kein ist bestimmt kein zufall flugzeug kommt ganz toll das geht ich mich erschreckt so 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 hab ein hab ich wieder einen gemacht oh ich hör was bei mir ich wollte mich nicht hinlegen ich wollte mich nicht hinlegen nicht schlecht ich komm nicht hin pitbull man danke für den raid ich will mich nicht hinlegen ich will mich nicht hinlegen Skav down! Got him! Level 19? Level 19? Das da spielt... Also Level 19 spielt das da? Und Level 12? Okay... 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 ... 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 Essen ... ... ... ... ... ... schade. Dann habe ich nur den einen Typ da durch die... Ich habe den am Gang vergessen. Ne, habe ich nicht. Alles gut. Ich habe anscheinend nur den einen Typ von 301 oben durch die Scheibe gesniped. Dann dem Typ, der über den Gang pushen wollte, ein Brett gegeben. Und dann die zwei anderen komischen Dullis gefunden. Was aber bedeuten würde, wir haben vier Spieler. Und hätten die Leute mal bei der Abstimmung vorher alle richtig mitgemacht, hätte es jetzt fett, fett, fett Punkte gegeben.